Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Heroes of the Storm Video. Mein Name ist Rotmeg und wir haben momentan bei Heroes of the Storm ein Ereignis. Und zwar geht es dabei um dieses Spielbrett. Ja, hier kann man Spielzeugkissen erwerben mit diesem Spielbrett. Und da habe ich mir ein paar erworben, die wir heute zusammen öffnen wollen. Ja, wir schauen uns ganz kurz an, wie viele Truhen wir da haben. Wir haben 48 Truhen insgesamt, also nicht gerade wenig. Wir haben seltene Truhen, Hammertruhe, dann haben wir Beutetruhen. Wir haben noch seltene Königstiertruhen, dann epische Spielzeugtruhe, seltene Spielzeugtruhe und Königstiertruhen an sich. Wir wollen heute aber 20 Spielzeugtruhen öffnen. Ja, die restlichen Truhen werde ich in einem anderen Video öffnen. Heute soll es um die Spielzeugtruhen gehen, 20 Stück, die wir da öffnen wollen. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich und schauen mal, was wir hier alles so kriegen können. Los geht's mit der ersten Truhe. Da haben wir dreimal was Gewöhnliches mit dabei. Zum einen Portrait Wirbelwindspinner. Okay, dann haben wir hier Portrait Himmelsraptor. Sieht alles ganz gut aus, wie ich finde. Ja, Portrait Anna in Overwatch haben wir als Duplikat bereits und auch hier 50 Splitter. Nichts Besonderes. Ich finde die zwei zwar ziemlich nice, aber ich würde sagen, da ist mehr drin, ja. Da ist mehr drin. Schauen wir uns an, ob wir da was anderes kriegen. Und da haben wir schon was Legendäres mit dabei. Also, erst einmal die gewöhnlichen, da haben wir Portrait Ringspiel mit Ragnaros. Wir haben Springdoktor als Portrait und wir haben Anna-Symbol. Alles neue Porträts. Und als legendäre Sache. Oh, Ansager. Adjudant legendärer Ansager. Lass mal hören. Achtung. Schlachtfeld wird initialisiert. Geil. Die Schlacht beginnt. Gegner ausgeschaltet. Held des Sturms. Sieg. Ja, richtig gut. Das behalte ich natürlich, wenn wir schon was Legendäres mit dabei haben. Und Ansager finde ich immer toll. Wir haben diese Ansagerin aber bereits auf einer Map, ne. Die ist da bereits vorhanden. Jetzt haben wir sie halt für alle Maps. Oder beziehungsweise für alle Charaktere, die sie auf allen Maps benutzen können. Wir nehmen das Ganze an und wir machen weiter mit Truhe Nummer 2. Also, wenn das so weitergeht, dann werde ich heute richtig schön glücklich sein. Und wir schauen uns die beiden gewöhnlichen einmal an. Wir haben zum einen Portrait Zeitwanderin Chromy-Symbol. Ja, nicht wirklich was Schönes. Dann hier, Leute unter der Erde. Wegen sowas landen Leute unter der Erde. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. So, dann haben wir hier einen Spray Carbot Junkrat. Ja, seltener Spray. Und noch was seltenes. Und zwar eine Novi-Puppe. Ja, es ist alles, äh, sind alles neue Sachen. Also keine Duplikate. Deshalb würde ich sagen, wir behalten das Ganze. Und machen weiter mit der nächsten Spielzeug-Truhe. Viermal gewöhnlich. Also nichts unbedingt Besonderes. Ein Duplikat. Dann haben wir hier Diva 1 Emojis. Wir haben Portrait Suljin Voodoo-Puppe. Finde ich sicher, sicher richtig niedlich. Sicher, sicher richtig niedlich. Ich wollte sagen, richtig, richtig niedlich. So, ja, ist richtig niedlich. Und wir haben Emojis Essen 1. Ha, okay, speziell. Aber, Freunde, ich würde trotzdem sagen, wir machen einen neuen Versuch. Weil viermal gewöhnlich. Nein, nicht mit meinen Spielzeug-Truhen. Nicht mit meinen Spielzeug-Truhen. Da haben wir schon ein Duplikat. Dann haben wir Malfurion Emojis. Und wir haben Comic-Blüsch-Einhorn. Richtig cool. Alles seltenes haben wir hier himmlischer Totenwächter-Maltail. Ja, sieht zwar alles gut aus. Aber mit Spielzeugen hat das nicht wirklich was zu tun, ne? Lass uns einen neuen Versuch starten. Für 500. Wir haben genug Gold. Ja. Nochmal. Und nochmal gibt es eine seltene Sache. Wir kriegen hier A, zwei Duplikate. Und verdammt wurde aber auch Zeit. Verdammt wurde aber auch Zeit. Sagte ich doch. Und dann haben wir hier was Seltenes und ein Spray der lange Arm. Ja. Okay, dann wäre die letzte Kiste besser gewesen. Lass uns noch einen Versuch starten. Das ist ja gar nichts hier. Das ist ja mal gar nichts. Viermal gewöhnlich. Na, danke dafür. Ein Duplikat. Wir haben einmal Emojis Weißsträhne 1. Geht in Ordnung. Dann Jaina Handpuppe als gewöhnlicher Spray. Finde ich richtig cool sogar. Und wir haben hier Schöpfung soll erzittern. Die Schöpfung selbst soll vor den lodernden Standarten der Hölle erzittern. Richtig geil, Freunde. Was für ein Spruch. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Wir können auch gar nicht mehr weiter wählen. Und wir machen weiter mit der nächsten Kiste. Kiste Nummer 4. Einmal was episches mit dabei. Drei gewöhnliche Sachen. Und da haben wir Silvanas Handpuppe. Süß. Dann Sträfling 626. Dann haben wir hier Kommandant Varian Symbol. Aber nichts besonderes. Und als episches haben wir hier ein Duplikat. Also, Freunde. Da wird neu gemischt. Das ist jetzt echt nicht so eine Hammersache hier. Wir wollen was Neues. Da kriegen wir ein Duplikat. Wir kriegen, also die Weichsträhne. Haben wir vorhin gekriegt. Dann haben wir hier Spielzeugemblem. Okay. Und? Ich werde dieses Land vom Schatten befreien. Oh, okay. Und als seltenes Ding haben wir hier Karbot Keltusat. Süß. Ja, können wir nehmen. Komm. Nehmen wir. Geht in Ordnung. Weiter geht's. Nächste Kiste. Wir haben noch so viele Kisten vor uns. Da haben wir ein Duplikat. Wir haben drei Porträts. Einmal Artanis stilisiert. Dann Sylvanas als Blutrabe. Und wir haben Plüschlili. Ja, ist alles nett. Sieht alles toll aus. Ich finde die Porträts mittlerweile richtig cool jetzt. Die sehen richtig gut aus hier. Aber. Es ist nicht so was Besonderes mit dabei. Lass doch mal neu machen. Mach neu hier. Was seltenes. Sehr gut. Zwei Duplikate. Einmal Porträts Knuffel Mephisto. Und. Die seltene Sache ist hier. Fratzenschädel Nassibu. Ja. Seltener Skin. Lass behalten. Geht in Ordnung. Ja. Ich will ein Skin. Ein seltener. Das passt. Was legendäres mit dabei. So. Dreimal was gewöhnliches. Emojis Genji. Sehr nett. Dann haben wir hier Porträts von süßer Alarak. Sieht auch gut aus. Und süßer DHK-Saurus Rex. Richtig geil. Ja. Richtig geil. Der Spray. Und als legendäres Hammer. Hell Dorado. Legendäres Reiz hier. Nice. Nehmen wir natürlich. Gar nicht lange drum rumreden. Wird einfach genommen. Und es geht nochmal weiter. Dreimal gewöhnlich. Ein Porträt. Raubabertur. Dann haben wir hier Grrgl. Grrgl. Und ich bring euch zur Strecke. Da haben wir alles Duplikate. Und wir haben Flecktanbraune Diva. Die sieht ja mal heiß aus. Freunde. Die sieht ja mal richtig heiß aus. Aber. Ja. Zweimal Duplikate. Tut mir leid. Aber die Diva. Mh. Diva. So. Wir haben Lunara 1. Wir haben. Ich verachte euch. Ich verachte euch. Ja. Gut. Mehr gibt es nicht. Ein Duplikat. Eine Org-Zeichnung. Und. Nostalgischer Lebkuchen. Das Sibu. Der ist aus dem. Aus dem Winter. Ding. Spielzeugtruhen. Okay. Ist jetzt auch nicht so der Hammer. Ganz ehrlich. Neuer Versuch. Da geht Gold verloren. Unglaublich. Oh. Aber jetzt zweimal episch. Einmal selten. Und eine gewöhnliche Sache. Die gewöhnliche Sache gefällt mir schon ganz gut. Prügel. Hier. Orcs vs. Human. Richtig geil. So. Die seltene Sache ist hier. Glibri. Glibri. Geisterhand. Ja. Auch schönes Spray. Das epische hier. Ist ein Duplikat. Schade. Obsidian-farbene Sir Merkallot. Haben wir bereits. Und. Eisene Drachenkönigin Chromi. Wir behalten das natürlich. Ist eine super Kiste. Und es geht weiter mit der nächsten Kiste. Hier wieder einmal episch. Einmal selten. Zweimal was gewöhnliches mit dabei. Da haben wir Todesbringerin Sonja. Eins. Dann haben wir hier Pachmari Nassibu. Ja. Nichts wirklich was das mir gefällt. Aber okay. Ein Duplikat von Raidorskin. Und. Abgehalfter Altvater Malfurion. Geil. Wird behalten Freunde. Wird behalten. Da muss ich nicht lange nachdenken. Und es geht weiter. Dreimal gewöhnlich. Einmal selten. Wir haben ein Duplikat. Wir haben Stopporn. Stoppkorn. Okay. Gut. Dann haben wir hier Portrait Tyrell in Diablo 3. Ja. Und. Als seltenes Ding haben wir hier Engelspitze. Finde ich jetzt nicht so Wahnsinn. Lass neu machen. Lass neu machen. Und da ist was legendäres mit dabei. Freunde. Das geht ab heute. Ein Portrait. Höllenhammer Thrawn. Nice. Dann haben wir hier Portrait süßer Ragnaros. Nice. Dann haben wir hier Mecha Tyrell. Zwei Emojis. Auch nice. Legendär Hammer. Wützender Schlechterlisk. Ja. Nehmen wir. Habe ich noch nicht. Kein Duplikat. Ein legendäres mit dabei. Sehr nice. Wird natürlich genommen. So. Zweimal gewöhnlich. Zum einen haben wir hier Spielzeugdrachenklingen. Ja. Spray. Dann haben wir hier Portrait. Mal den Sourfang. Ja. Ist okay. Kann man machen. Guldan des Schattenrats. Als Duplikat. Und hier. Netherkönig in Funkelchen. Auch ein Duplikat. Ne Freunde. Zweimal Duplikate. Tut mir leid. Ist mir too much. So. Auch hier. Zwei Duplikate. Wir hätten hier. Spürt den Zorn. Akarat. Akaratz. Spürt den Zorn. Akaratz. Akaratz. Natürlich. Und nostalgische Winterhauch. Lunara. Aber das wäre auch zu wenig. Da wollen wir was Besseres. Zweimal selten. Das sieht schon besser aus. Uther Emojis. Und Emblem der Verfluchten. Beides Duplikate. Nicht gut. Portrait Carbocena. Okay. Und Schneekugelfertigung. Ja. Lass mal nochmal neu machen. Lass. Zwei Duplikate. Ist mir. Ist mir zu viel. Ganz ehrlich. Habe ich schon mal gesagt. Ist mir einfach zu viel. Das ist was episches. Wenn ich das richtig sehe. Drei gewöhnliche Dinge. Einmal Duplikat. Wir haben Emojis Romy 2. Wir haben Robogen Logo. Okay. Und Cosmophores Valera. Nice. Power Ranger. Valera als Power Ranger. Nehmen wir. Gerne. Weiser geht's. Mit vier gewöhnlichen Dingen. Kein Duplikat. Portrait Winterhauch. Karasim. Sieht richtig geil aus. Dann haben wir hier. Ich erhalte das Gleichgewicht aufrecht. Guter Spruch. Guter Spruch. Portrait. Pogo Stock. Ja okay. Okay. Kommt mir geht der Pogo Hase in Erinnerung. Von Hearthstone. Und wir haben Keltas Handpuppe. Es ist jetzt nicht absolut der Wahnsinn. Was wir hier haben. Aber es sind dreimal hier Spielzeug. Dinge. Auch wenn es so gewöhnliche Sachen sind. Ich nehm's. Ich nehm's Freunde. So. Noch neun Kisten wollen wir öffnen. Und wir haben Selten und Episch. Einmal. Dann haben wir hier Portrait Comic Cosmophores Valera. Haben wir jetzt als Skin. Dann haben wir hier Joe 1 Emojis. Okay. Wir kriegen hier. Oh. Schöner Würfel. Horadrischer Würfelspiel. Oder horadrisches Würfelspiel. Richtig nice wie ich finde. Auch was aus der Spielzeugtruhe. Und Episch ist hier. Ja. Bleicher Rega. Haben wir bereits. Ist ein Duplikat. Ich würde sagen. Wir. Wir. Ah. Ich weiß nicht. Wollen wir das behalten? Wollen wir das neu auswürfeln? Komm. Neu würfeln. Neuer Versuch. Wir haben das Gold. Müssen wir loswerden. So. Ein Duplikat. Wir haben hier. Kleiner im Retro Stil. Richtig nice. Dann haben wir hier Emojis. Lebkuchen. Das Sibu 1. Und. Schlammbrauner Kriegshetzer Zulgin. Ja. Ist okay. Geht in Ordnung für mich. Übernehme ich so. Nächste Kiste. Einmal selten. Dreimal gewöhnlich. Ein Duplikat. Wir haben Portrait Gul'dan auf Leinwand. Wir haben Portrait Plüschmörky. Und wir haben Malteil. Das cool schwarze Schleckgespenst. Ja. Tatsächlich. Sieht geil aus. Behalte ich. Ganz ehrlich. Sieht geil aus. Behalte ich. Finde ich gut. War nur ein Duplikat. Können wir so behalten. Portrait. Deckard Embellé. Dann haben wir Altvater Kleiner. Als Emojis. Dann süßer Text. Als Emojis. Und eine Lektion. Als Duplikat. Ist nicht der Wahnsinn. Wird neu ausgewürfelt. Und das ist jetzt schon besser hier. Zweimal selten. Einmal episch. Einmal gewöhnlich. Als Gewöhnliches haben wir hier. Plastiksoldat Portrait. Richtig cool. Erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit. Mit diesen plastikgrünen Armeesoldaten da. Hatten vielleicht die einen oder anderen bei euch auch. Zu Hause stehen. Dann hier. Brutale Eis in der Schlechte. Als Duplikat. Wir haben hier. Varian Löwenherz. Den haben wir noch nicht gehabt. Und als epische Sache. Haben wir hier auch ein Duplikat. Ach du Scheiße. Zwei Duplikate. Ich weiß nicht. Ich finde. Plastiksoldaten zwar cool. Löwenherz. Naja. Ist jetzt nicht der Wahnsinn. Aber haben wir auch noch nicht. Aber irgendwie. Ne. Ne. Zwei Duplikate. Na. Geht nicht. Weiter geht's. Noch einmal. Zweimal selten. Zweimal gewöhnlich. Sergeant Hammer ist ein Duplikat. Emojis. Show 1. Okay. Dann haben wir hier. Dunkelvioletter Feendrache. Funkelchen. Und. Wir kriegen. Oh. Süß. Baby Plüsch Natal. Cool. Behalten wir. Behalten wir. Nur ein Duplikat. Können wir behalten. So. Weiter geht's. Wie aber gewöhnlich hier. Da ist der Pogo Stock wieder. Zeit zu sterben. Zeit zu sterben. Banner der Terranischen Liga. Und wir haben geflügeltes Äffchen. Funkelchen im Retro Stil. Auch da muss ich sagen. Sind zwar drei nette Sachen. Aber alles nur gewöhnlich. Lass mal neu auswürfeln. So. Einmal was Seltenes. Wir haben kein Duplikat bisher. Hoffnungsschleife. Als Porträt. Wir haben Thrall in World of Warcraft als Porträt. Und wir haben die strenge Hand. Anders. Was du brauchst ist eine strenge Hand. Boah. Bitte schön. Eine strenge Hand. Einmal eine Watschen hier. So. Und dann haben wir hier. Unheilige Arthas in Frostwürmrüstung. Wir behalten. Sieht. Ist cool. Kein Duplikat. Behalten wir so. Und es geht weiter. Wir haben noch fünf Kisten zu öffnen. Und da haben wir zweimal was Seltenes mit dabei. Anna Symbol als Duplikat. Wir haben hier Comic Tychus. Als Spray. Dann Raynor als seltener Held. Den Helden. Okay. Ist ein Duplikat. Und wir haben Wirbelwindkreisel. Hahaha. Geil. Richtig geil. Aber Freunde. Zwei Duplikate. Leider. Nein. So. Einmal selten. Dreimal gewöhnlich. Wir haben ein Duplikat bisher. Porträt. Nostalgische Altvater Rega. Wir haben Pachmari Guldan. Und. Als seltene Keldas in Nachtgrün. Aber auch das finde ich jetzt nicht wirklich toll. Wir nehmen die Kiste neu. So. Einmal selten. Dreimal gewöhnlich. Wir haben ein Duplikat. Wir haben Porträt Todeskizze. Die sieht cool aus. Die sieht richtig cool aus. Dann. Krono Kikristor. Krono Kikristor. Ja. Oder so. Und wir haben Frostwolf Kriegsfürst Garrosh. Das geht in Ordnung so. Kann man so nehmen. Ein Duplikat. Passt für mich. So. Weiter geht's. Eine epische Sache. Haben wir mit dabei. Wir haben drei gewöhnliche Dinge im Petto. Einmal Xenotech Zagara Logo. Dann Emojis. Winterhauch Text. Wir haben Porträt Zuchtmeister Schnuffel. Ja. Und. Als episch Hammer Nebelhafter Onigenji. Geht in Ordnung. Behalten wir es so. Coole Kisten. Weiter geht's. Nächste Kiste. Wieder dreimal gewöhnlich mit dabei. Duplikat haben wir zwei Stück. Einmal Porträt Kerrigan in Brood. Und. Piratenkönigin Kassia der Samtjacken. Ja. Das ist eine neue Kiste wert. Und 255 Gold. Sag ich nicht nein. Neue Kiste. Her damit. So. Phoenix 2 Emojis. Dann. Mecha Tessadar Logo. Wir haben Saffiron. Wow. Richtig geiler Spray. Richtig geiler Spray. Für Arthas vor allem. Und wir haben hier Schrammel Axt. Seltener Spray. Ja. Ist nichts besonderes. Aber wir nehmen es. Wir haben kein Duplikat. Wir nehmen die Sachen hier. So. Zwei Spielzeugkisten können wir noch öffnen. Und da haben wir noch mal was Seltenes mit dabei. Dreimal gewöhnlich. Was haben wir hier? Ein Duplikat. Dann einmal Emojis. Mal Furion 1. Wir haben Porträt. Die nostalgische Winterhauch-Elfe. Walla. Und als seltenes Ding haben wir drei Tage Boost. Drei Tage Boost finde ich super. Wird genommen. Ich finde die Boost super. So. Und die letzte Kiste für heute. Freunde. Was haben wir da? Viermal gewöhnlich. Da haben wir ein Tages Boost. Ja. Wir haben Porträt Schicksalshammer-Spiel. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Das ist ein Duplikat hier. Ist klar. Und wir haben Zeichnung eines Bergriesen. Ja. Ist jetzt die Frage. Ich finde das eigentlich ganz nett. Der Bergriese nicht unbedingt. Ein Tages Boost geht in Ordnung. Aber komm. Das ist die letzte Kiste für heute. Wir machen hier. Wir wollen mehr rausziehen. Wir wollen mehr rausziehen. Zwei Duplikate. Das sieht schon mal schlecht aus für die Kiste. Banner des Hexendoktors. Ja. Und als seltene Clownfish-Murky. Ja. Aber bitte. Das geht noch besser. Das geht noch besser, Freunde. Zwei Duplikate waren das. Hier ist schon was episches. So. Wir haben nostalgische Altfahrtareia. Dann haben wir hier ein Duplikat. Haben wir schon. Wir haben. Oh. Das sieht cool aus. Carbot Malganes. Und wir haben Prinz Arthas von Kultiras. Ja. Das ist jetzt auch. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde es auch nicht so besonders prickelnd. Aber wir nehmen es. Wir haben noch einen Versuch. Und ich will das nicht verkacken hier. Ne. Wir nehmen es. Neuer Versuch. Komm. Wir nehmen den neuen Versuch. So. Kriegen wir viermal gewöhnlich. Habe ich es voll verkackt. Gut gemacht, Rotmeck. Ein Duplikat. Wir haben Silvanas Handpuppe jetzt trotzdem. Dann auch Raubapartur. Raupartur. So. Haben wir auch schon gehabt. Aber weitergegeben. Und Weißsträhne Emblem. Das sieht richtig gut aus. Ja. Müssen wir behalten. So. Bleibt uns keine andere Wahl. Das war es für heute, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten auch gerne Kommentare lassen. Welches Winterhauch Skinchen habt ihr euch denn gewünscht? Oder habt ihr gekriegt? Ja. Ich finde die Kistensache relativ cool. Auch das Ereignis. Ich finde das recht cool, dass da Blizzard ein Spiel im Spiel implementiert hat. Und das macht auch richtig schön Bock hier ein paar Spiele gegen die KI zu machen. Um das einfach mal schnell durchzubringen und da Kisten zu farmen. Ja. Abonnieren nicht vergessen. Damit ihr auch kein Video verpasst. Und ihr seht es. Wir werden noch weitere Videos machen können. Wir haben noch genug Kisten. Um da weitere Öffnungsvideos aufnehmen zu können. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Rotmeg. Ciao. Ciao.